Vielleicht wart ihr auch gerade bei der Radiosendung dabei, bei Radiosoll zum Thema Partnerkonflikte praktisch lösen. Und in dem Video hier möchte ich gerne mal noch ein bisschen ausführlicher darauf eingehen. Vielleicht habt ihr jetzt da ein bisschen Interesse an dem Thema bekommen, wie das mit dem ehrlichen Mitteilen zu lösen ist. Und vielleicht steckst du auch selber gerade in einer Krise oder in einem Konflikt mit deinem Partner oder hast vielleicht gerade gar keinen Partner. Ja, dann ist dieses Video interessant. Ich werde genau auf dieses Thema Konflikt eingehen und dir erklären, was das eigentlich ist und wie das letztlich zu lösen ist. Und dahinter ist eben wie oft etwas ganz anderes, als wir uns das vorstellen. Und tatsächlich ist ein Partnerkonflikt kein Problem, sondern das ist die Tür zur wirklichen Erfüllung. Aber man bringt uns das nicht bei, wie damit umzugehen ist. Und man bringt uns auch nicht bei, dass wir gar nicht an dieser Tür vorbeikommen. Wir werden in jedem Fall den Kernkonflikt in der Partnerschaft erleben, ob wir wollen oder nicht. Und die Frage ist dann, wissen wir dann, was das genau ist, wie die Zusammenhänge sind, wie damit umzugehen ist. Und den Gesamtkontext möchte ich dir in diesem Video hier geben. Also, let's go! So, bevor wir einen Konflikt erleben in der Partnerschaft, sind wir noch gar nicht wirklich in Kontakt. Der maximale Kontakt in einer Partnerschaft stellt den Moment dar, wo der Konflikt so zutage führt, so zutage tritt, dass man sich trennen möchte oder am liebsten gewalttätig aufeinander losgehen möchte. Das ist der Moment, wo am meisten Nähe entsteht mit dem Konflikt, mit dem ungelösten Konflikt. Das heißt, vorher haben wir versucht, das von dem Partner zu bekommen, was wir als Kind nicht bekommen haben. Und damit ist verbunden die Hoffnung, dass es zu einer Verbindung kommt, ohne dass ich meine tabuisierten Kernemotionen, Wut und oder Trauer kommunizieren muss. Das ist letztlich die Hoffnung, die jedes Paar, jeder Partner hat. Die Hoffnung auf vollständige Verbindung, aber die Möglichkeit, die Kernbewegungen oder einer der Kernbewegungen nicht kommunizieren zu müssen. Und das kann logischerweise nicht gehen, denn im Kontakt, wenn mehr Nähe entsteht, kommen wir automatisch mit unseren Kernbedürfnissen in Kontakt, nämlich nach Verschmelzung und nach Autonomie, nach Unabhängigkeit. Und damit sind ja diese Gefühle von Trauer und Wut verknüpft, wenn das eine oder das andere eben durch den Partner wie torpediert wird oder nicht oder verhindert wird scheinbar. Deswegen ist alles bis zu dem finalen Konflikt, der dann zur Trennung führen kann oder wo beide dann denken, wir müssen uns trennen oder einer das denkt, bis dahin ist es noch nicht Kontakt und Beziehung. Das ist drumherum navigieren, um den eigentlichen Kontakt und das kann sich sehr toll anfühlen, das kann Verliebtheit bedeuten, Idealisierung. Das kann alles Schöne bedeuten, aber es ist noch nicht das, worum es geht. Weil dieser Zustand, dieser schöne Zustand am Anfang und der furchtbare Zustand, wenn der Konflikt komplett eskaliert ist, also komplett sichtbar geworden ist, das sind nur zwei Pole desselben. Beides stellt keinen Kontakt dar. Im Konflikt haben wir den noch nicht gelöst und sind im Ausagieren oder kurz davor, in der Idealisierung vorher, ist der Konflikt nicht zu Tage getreten und wir schaffen es noch drumherum zu navigieren. In beiden Fällen gibt es keinen Kontakt über das, was zurückgehalten wurde. Also deswegen sage ich, das ist nur der Gegenpol, also der maximierte Konflikt ist nur der Gegenpol zum Honeymoon davor. Das sind zwei Pole desselben, der Polarität. Und worum es aber geht eigentlich, was Liebe und Partnerschaft und Bewusstsein eigentlich ist, das ist jenseits dieser zugegebenermaßen sehr intensiven und beeindruckenden inneren Vorgänge. Das hatte ich ja in der Radiosendung schon erklärt, wie damit umzugehen ist. Das ist normalerweise, ist der Drang auszuagieren. Das heißt, wir haben entweder den Drang, uns zu trennen oder den Drang, den Partner physisch oder verbal anzugreifen oder uns zu betäuben mit Substanzen oder Ablenkung, den Partner zu ignorieren oder ihn zu manipulieren, dass er sich eben nicht mehr so verhält, dass diese schwierigen Gefühle in mir auftauchen. Das ist die Tendenz. Und wenn wir dem folgen, dann führt es zur Trennung. Das sind alles Distanzierungsvorgänge, weil es Vorgänge auf der Handlungsebene sind, die biologisch dazu angelegt sind, uns vor Gefahren zu schützen. Das heißt, wenn wir einer realen Gefahr ausgesetzt sind, dann reagiert unser Organismus sinnvollerweise mit einem dieser vier Verhaltensweisen, um eine Gefahr abzuwenden. Das macht aber keinen Sinn in einer Partnerschaft, wo ja beide ein Interesse an Verbindung haben und beide keine Gefahr füreinander darstellen. Beide haben nur ein Beziehungsinteresse. Es gibt keine wirkliche Gefahr. Aber wir erleben diesen Konflikt als Gefahr und deswegen springt im Körper eben das an. Und das ist sehr massiv und man muss wissen, es wäre gut, wenn man uns das beibringt, vielleicht schon in der Schule, dass wir an diesem Punkt an einem ganz wertvollen Punkt sind, weil wir haben es geschafft über die Suche nach einem Partner, wir haben uns darauf eingelassen, wir sind vielleicht in eine Beziehung eingegangen. Wir haben ja eigentlich, wenn wir mal genauer dahinschauen, einen ganz langen Weg hinter uns, einen sehr tollen und spektakulären Weg bis zu diesem Punkt, wo der Konflikt maximal eskaliert und man sich trennen möchte. Es ist ein langer, langer Weg bis zu einem entscheidenden Punkt. Und man sagt uns nicht, dass wir in jedem Fall immer wieder an diesen Punkt kommen, wir können dem nicht entkommen und dass das was ganz Wertvolles ist. Wir sind quasi am Ziel. Es ist nicht so, dass dann was zerbricht. Das ist nur so, wie wir damit umgehen, weil wir nichts anderes gelernt haben. In Wirklichkeit sind wir am Ziel, weil das ist die Tür. Dieser maximierte Konflikt, wo du sagst, ich halte das nicht mehr aus, ich muss mich trennen oder der andere sagt das. Das ist das, wo ihr euch beide drauf hingearbeitet habt. Ja, mit viel Aufwand und mit Versuchen, das drumherum zu arbeiten. Ja, und ihr stellt fest, es geht nicht, bis es dann eben sich kondensiert. Und dem, was ihr da festhaltet seit der Kindheit übrigens nicht mehr entkommen könnt. So, und das ist dieses Türchen, was zur Erfüllung führt. Nur, wir müssen auch durch die Tür durchgehen. Wenn wir jetzt da aussteigen und physisch uns einen anderen Partner suchen, dann müssen wir den ganzen Weg wieder machen und dann kommen wir genau an dem gleichen Punkt wieder raus. Immer und immer wieder. Und das geht vielleicht sogar schon seit mehreren Leben so, wer weiß. Es geht darum, an dem Punkt zu wissen, dass der Schlüssel, um durch diese Tür durchzukommen, ist, eben nicht zu handeln, also nicht sich zu trennen, nichts anzugreifen, zu manipulieren, sich zu betäuben, zu ignorieren, sondern zu kommunizieren. Und das ist eben was grundlegend anderes. Statt also zu versuchen, den Konflikt zu lösen, geht es darum, die Gefühle, die da sind, mitzuteilen. Da gibt es im Kern nur zwei, um die es geht, um die sich jeder Konflikt auf diesem Planeten dreht. Jeder Konflikt auf diesem Planeten dreht sich um zwei Kernemotionen. Wut und Trauer und Einsamkeit. Also Trauer und Einsamkeit ist der eine Bereich, Wut und Aggression und Hass ist der andere Bereich. Diese zwei Kernemotionen, um die dreht sich jeder Konflikt auf dieser Erde und das bedeutet, dass die Paare es nicht schaffen, diese Emotionen zu kommunizieren. Und das ist das, was man dann an diesem Punkt gezwungen ist zu tun, zu lernen. Oder man muss wieder auf Start zurück und alles von vorne mit riesigem Aufwand, bis man wieder bei der Prüfung ist. Wir können es auch Prüfung nennen oder Tor zu einer nächsten Dimension. Und wenn wir das aber tatsächlich machen, wenn wir es schaffen, das zu sagen, zu kommunizieren in diesem Inferno von Krieg und Enttäuschung und Ohnmacht und weggehen wollen. Wenn wir da diesen Schritt schaffen, statt zu tun und zu machen, es mitzuteilen, die Wahrheit zu sagen, wie sich das anfühlt. Und wenn es beide machen, dann betreten beide ein neues Bewusstsein, eine neue Welt, letztlich kann man sagen. Und dann ist der Konflikt, der Bindungskonflikt ist überwunden. Das ist eine große Geschichte, aber man wird dann auch wirklich belohnt. Das hatte ich auch in dem Radiointerview gesagt. Es kann dann sein, also es ist in jedem Fall so, dass man den Partner völlig anders erlebt. Und es ist dann möglicherweise so, dass das, was einen vorher stark belastet hat an dem Verhalten, Verhalten des Partners, dass man dann plötzlich da drin den verlorenen Kindanteil des Partners sieht und ein immenses Mitgefühl damit entsteht. Also was einen vorher in die tiefsten Abgründe gestürzt hat, ist jetzt die Ursache für ein ganz, ganz großes Mitgefühl, ja, für die Herzöffnung. So kann das dann ausgehen. Also das, was Krieg und Enttäuschung und Ohnmacht vorher war, wandelt sich in Liebe, in das, was wirklich Liebe ist, jenseits der Pole, der Polarisierung. Und eine Möglichkeit, das ohne Begleitung zu machen, bis zu einem gewissen Grad, ist eben das ehrliche Mitteilen. Das ist ein strukturierter Prozess, ist in dem Vagus-Schlüsselbuch beschrieben, in aller Ausführlichkeit. Wenn ihr also zu zweit euch das Buch kauft und das gemeinsam lest und das dann macht, kann es sein, dass ihr damit eure Beziehung, euer Leben auf eine völlig neue Ebene hebt, auf einen wirklich völlig neuen Bewusstseinslevel. Und zur Erklärung, ja, das Verständnis dafür, also ehrliches Mitteilen ist die Methode, aber zum Verstehen, dass man versteht, was da überhaupt passiert. Der Konflikt basiert immer auf einer Illusion, weil das, was da in Konflikt gerät miteinander, das sind Dinge, die aus der Kindheit nicht verarbeitet sind und die ich auf den Partner projiziere. Ich projiziere also eine Gefahr, eine gefährliche Handlung auf den Partner. Und das ist wiederum, sind diese vier Kategorien, dass der mich angreift, dass der mich verlässt, dass er mich manipuliert oder mich ignoriert oder sich betäubt. Das projiziere ich. Das kann völlig unbewusst sein. So, das ist der, und dann kommt als sozusagen Effekt, weil ich ja dadurch Angst bekomme vor Nähe, weil ich das erwarte, weil ich das projiziere, greife ich meinerseits auf eine von diesen vier Distanzierungsmechanismen zurück. Und das kann beispielsweise sein, das kann zum Beispiel so sein, dass ich mir unbewusst vorstelle, bei mehr Nähe gibt es einen Angriff, da greift mich der Partner an und deswegen ziehe ich mich jetzt zurück. Also ich projiziere einen Angriff, eine Grenzüberschreitung und deswegen nehme ich mich jetzt raus und erzeuge Distanz. Das wiederum kann dem Partner, das kann bei dem Partner der Trigger sein für Wut und Aggression und schon bin ich in der Reinszenierung. Und dann sind beide in einer scheinbaren Reinszenierung, dann ist beides scheinbar wie in der Kindheit. Ist aber nicht wie in der Kindheit, sondern das ist einfach nur ein Missverständnis. Und deswegen ist es der Punkt, das auszutauschen. Es geht darum, das, was in uns ist, auszutauschen. Mein Kopf denkt, dass wenn wir uns näher kommen, dass du mich verlässt. Mein Kopf denkt, dass wenn wir uns näher kommen, dass du mich angreifst. Mein Kopf denkt, dass wenn ich dir mitteile, dass ich traurig bin, dass ich mich traurig fühle, dass du mich dann verlässt oder wütend wirst oder was auch immer. Was auch immer in den Gedanken, in den Gefühlen und in den Körperempfindungen los ist, kommunizieren wir auf diese spezielle Art des ehrlichen Mitteilens. Und dann lösen sich die Konflikte an der Wurzel auf, an der Wurzel. Und dann beginnt ein völlig neues Leben. und dann beginnt ein völlig neues Leben. Vielen Dank.